Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online mit mir, dem Piet und dem Bram. Ja, es sind jetzt niemand zuerst. Wir machen jetzt das Santos unsicher. Ja, heute nur zu zweit. Oh, guck mal, jetzt ist jemand anders auch mit auf dem Server. Lass den weg, trotz. Da hab ich ihn erwischt. Und ich glaube ich auch. Ja, aber noch ein bisschen. Bram hat einen Unfall gebaut. Das war der Plan. Ah, hier links. Ah, okay. Drei Sterne? Wieso haben wir drei Sterne, Alter? Ach, du hast auch drei Sterne? Ja. Ja, aber sowas von abhauen. Ich stelle mich gerade wieder sehr intelligent an. Ich komme aber gerade erst aus München zurück. Also das muss man verstehen. Ich war jetzt ja noch im Oktoberfest. Deswegen. Ja, stimmt. Auslösweise. Oh. Gar nicht steil hier oder so. Ja, vor allen Dingen mit nur drei Reifen. Alter, fahren die Polizeiwagen echt bis hier auch. Oh mein Gott. Ja, kein Ding. So läuft das. Ah. Alter, wie geil die Karre ist. Die hat Schaden. Ja, und gute deutsche Werksarbeiter. Nehmen wir jetzt echt den Wagen als Fluchtwagen auf. Ich habe immer Masken auf, wenn ich Sachen überfalle. Oh. Leute, what the fuck? Ah, okay, yes. Ich bekomme keine Geld. Ich bin tot. Das ist natürlich dumm. Komm, brav, steig ein. Du bist der Fahrer. Na, ich dachte, fahren. Das ist der Auto. Ja, obwohl wir den gar nicht gekillt haben. Doch, ich habe den umgelegt. Ach. So, ich bin mal ein Koks. Wo bist du? Hier und wo. Da vorne bist du, du Sau. Boah. Loll. So, ich habe mich kaputt mit kursisiert. Ich habe mich gar nicht, ob ich überhaupt in die richtige Richtung kreste im Koks. Weiß ich auch nicht. So war ich da vor Ort. Ach, du musst dich mal aussteigen? Nö. Das ist ja scheiße. Ja, das ist ja scheiße. Ja, das fand ich jetzt echt scheiße. Ach, da oben ist der Hadi. Jetzt nicht wieder abknallen. Nee, nee. Oh, ouch. Loll, am Arsch, Junge. Wieso knallst du mich denn ab? Das ist mein Wichser, ey. Nein, das habe ich die Polizei aber alles. Okay, jetzt muss ich mich verabschieden. Wir dürfen nicht sterben. Das ist wichtig. Wir dürfen nicht sterben. Ja, ja, ja. Peter sagt uns was. Ey, was ist denn da hinter uns für einer? Oh, das ist Peter. Ich wollte schon sein Auto schon wieder her, ey. Ja, das ist mit mir gespawnt. Weiß ich auch nicht wieso. Oh! So. Okay, Bram ist eh viel schneller als wir, weil Hadi... LOLL! AUSCH! Okay, ich fahre jetzt. Du hast deinen. Ja, okay, dann fährst du jetzt. Komm, steig auf, Bitch. Hat er denn runtergefallen? Ja. Guck mal, wie lang... AUSCH! Du warst zu langsam, Bitch! Alter, wie soll es mal wagen denn so langsam, Junge? Leute, ich bin in deinem Windschatten drin. Geil. LOLL! AUSCH! Ich hab den... LOLL! Ich hab den auch verpasst. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ja, ich hab ihn mal nicht verpasst. Nicht nur kurz sagen. Alter, 2200 Neu-Profete! Haha! 760 Dollar, Junge! Da zünde ich mir meine Joints mit an hier hingehen. Das hab ich dir aber. Aber ich hab schon ganz gerne einen Unterschlupf. Vielleicht kann man auf Fernseh gucken oder so und sich einfach ein bisschen abschillt, seine Freunde einladen. Hahaha! Na, wenn du Freunde hättest, oder? Ja, ich mach, ich hab mir euch witzig. Der Fahrzeugzugang... Alter, was soll das denn? Mein Auto. Fahrzeugzugang ist auf Crew gestellt. Dann nehm ich halt am Motorrad. Jetzt hast du mein Auto dreckig gemacht. Ey, hast du die Kohle von dem einen gesackt? Ich hab ja keine Kohle. Ich hab ja keine Kohle. Wieso kommst du rein, aber Bram nicht? Weil Bram schwul ist, deswegen. Cooler stand ein Honda Civic-Verschnitt. Hahaha! Alter, hast du den Fotoradfahrer mitgenommen, ey! Der Quächer war's! Wie der Rad geschlagert in der Luft, ey! Hier ist ein... Ich war ja jetzt in München, ne? Und... Ne! Äh... Da... Bin ich dann wieder nach Hause gekommen, Koffer schön, Laptop rausgeholt. Und da sehe ich dann, dass da ne dicke Delle drin ist. Wo? In deinem Auto? Ne, in meinem Laptop. Achso. Und da weiß ich jetzt nicht so genau, kann man da was gegen machen? Äh... Eigentlich nicht, weil, äh... Der Laptop, den im Hauptgepäck zu führen, sollst du eigentlich nicht. Dafür sollst du dann das Handgepäck mitnehmen. Ja, wieso? Ja, wieso? Weil, du hast ja sogar für's Handgepäck die Grenze, dass das Gewicht vom Laptop nicht aufs Handgepäck angerechnet wird. Oh Mann! Ja, das war halt ein bisschen dumm, Peter. Moment, ich will auch einsteigen. Ja, komm. Ja, da kann ich jetzt aber nichts für. Wir werden beschossen, gib Gummi! Ja, komm. Ich bin da dabei, wo musst du denn hinfahren? Alter, ich sterbe, ich bin tot! Wie, ich hab da gar nichts gemacht... Ich bin doch jetzt noch mal gefahren, oder? Ja, ich steck die grad weg. Rumstehen ist immer ne gute Idee. So, ich geh schon mal rein und sag dem schon mal, dass ich das machen will. Leute, der steht nicht hinter der Kasse. Der ist weg. Da ist er doch! Ey, Bram, Bram, lass mal warten. Los, komm! Pack die Kasse aus, du Chinese! Du musst nicht die Hände nach oben, du sollst die Kasse auspacken, Alter! Du checkst, was ich will? Nein, jetzt fahr nicht weg! So! Wenn ihr wegfahrt, dann behalte ich die Kohle hier nun, Wichser. Alter, wir hatten meine Reifen zerschossen. Ihr Wichser! Achso, ihr seid mal ohne mich losgefahren. Ja, wir nehmen jetzt eh den Auftrag an. Ja, ist auch fast. Ja! Lasst alles raus, ihr Lutschköppi! Köppi! Köppi! Hol dir die Autos zurück! Wir sollten die Karren aber nicht zerstören, glaube ich, oder? Ne, das nicht, deswegen sag ich ja rausschießen. Alter, ich hab das voll nicht drauf mit dir mit dem Hut zu schießen. Ja, du holst auf, du holst auf, du holst auf. Wo seid ihr? Ich bin grad an dem Punkt, wo ich noch nie war. Guck mal, links oben auf den Mapfäler. Oh mein Gott, da oben seid ihr? Oh mein Gott! Hey, hier ist eine neue Stadt, die kenn ich noch gar nicht. Ja, Alter, ich will ja echt nicht sagen, aber der Helikopter sieht uns. Boah, ne, sag das nicht, ey! Du musstest ja unbedingt auf die Wichser schießen! Komm, ich schließe mal auf den Heli, was hältst du davon? Nein, du schießt jetzt auf gar nichts mehr! Boah! Wo den Heli runterbrammen, das hilft! Oh oh! Ja, wa? Ja, ohne Scheiß! Glaub auch. Halt ihr zuhör mal was! Ja! Versucht genau zu halten, komm, so lange es geht, so lange es geht! Fahrechts, 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 fahrechts! Nein! Wie kommst du gegen den Fehler fahren? Boah, das ist so nervig, ey! Ohne Spaß, wie wenn die Bullen hier in diesem Fickspiel überhaupt nicht los wird, ey! Ja, fahrechts aufs Feld! Boah, der hängt uns aber auch am Arsch, ey! Ja, der hängt jetzt gerade aus, jetzt machst du mal ein bisschen Kickstarter! Ja, aber willst du euch denn machen, wenn ihr noch so ein anderer Weg seid? Alter, ohne Spaß! Alles klar, alles safe! Boah, ich glaube, ich leg Peter kurz weg! Nein! Nehmen wir unseren Arm! Alter, die fallen hier rein! Die fallen hier rein! Lol, die sind weg! Ja, alles klar! Nein! 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 Boah, das kann echt nicht wahr sein, ey! Boah, nein! Ich hau den weg mit den Bullen da! Ja! Wenn ich bald schnell genug bin dafür! Alter, das kann nicht wahr sein! Ja, das kann nicht wahr sein! Ja, das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Loser Freisenden